Geh' ich doch schon hin. Wer ist denn da immer noch sauer? Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Genau, geh mal da oben in die Schatzkammer. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. So, bist jetzt wieder glücklich. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Der ist nicht sauer. Der ist sauer. Jetzt nicht mehr. Gut, Gefahr abgewendet. Gefahr gebannt. Jetzt läuft er jetzt in einen anderen Raum. Hier, lasst er dein Geld. Selber Schuld. Ihr braucht einen größeren Trainingslauf. Wir trainieren schon wieder hier die Orks. Diese blöden Orks aber auch. So. Die Orks mussten mal raus. So, wo ist denn mein Tempel hin? Ich brauche ein bisschen günstigere Imps gerade. Die Götter fühlen sich durch meine Opfergabe geehrt. Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ja, ja. Komm, YOLO. Das kann ich eigentlich jetzt auch wegkaufen. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Ich brauche nur noch ein paar mehr Imps, die da arbeiten und dann... Ihr habt nicht genügend Gold. Dann passt das. Ein bisschen mehr Geld. Ein paar mehr Imps. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß. So, und langsam wird's doch. Mit dem Geld. Und... Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ihr könnt es euch nicht leisten. Ach, Mensch. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Sie ist es nicht einsehen, dass sie so einfach jämmerlich sterben werden. Wenn sie das so machen. Gibt's jetzt eigentlich noch irgendwelche Geheimnisse oder so? Was soll man denn hier eigentlich? Kreatur wiederbeleben. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr könnt es euch nicht leisten. Naja, Quatsch. Mit zu großem Sinn. Mal gucken, was ich mir für eine Kreatur wiederbeleben kann. Ein Dieb. Ein Ork, 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 Ork. Eisern die Jungfrau. Ne, 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 ne. Alles blöd. Ein Teufler Stufe 6. Ein Ork Stufe 10. Ein Spinner Stufe 8. Und bekämpfen sich gegenseitig. Ein Drache Level 7. Ein Vampir Stufe 4. Ein Vampir Stufe 3. Ein Drachen Stufe 7. So soll es sein. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ist hier noch irgendwas von wert? Wo ich sage, das brauche ich jetzt unbedingt. Dann baue ich mich nämlich nicht hier lang. Das ist ja völlige Verschwendung von wertvoller Energie. Ich wäre ja dafür, dass ich mich jetzt langsam hier bewege. Und die Kollegen abplatt mache. So. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Du musst nie tun. Ja. Streitigkeiten. Ach, jetzt gewinnt aber der... Das Skelett. Das war wahrscheinlich vorhin einfach nur ein bisschen beschädigt. Ich lasse jetzt das Skelett auch einfach gewinnen. Ich meine, ja, nein, was soll ich machen? Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ist ja irgendwie klar. Oh, hallo. Eine Falle. Habe ich noch einen Teufler? Jupp. Wo ist der Teufler? So, mach mal bitte die Falle da unschädlich. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. So langsam ist die Schatzkammer voll, ne? Höh? Sollst du aber nicht machen. Sollst du die Falle da unschädlich machen. So, jetzt brauchst du es auch nicht mehr. Jetzt brauchst du die Falle auch nicht mehr unschädlich machen. Jetzt schicke ich meine Skelette vor. Ich lasse Unterstützung hiervon und... Ui. Da kommen aber gerade ganz schön viele. Das sind nicht wenig. Das muss da ganz gut zu geladen sein. Haben da auf einmal so viele Achter runter? Das muss ich gerade nicht gerechnet haben, ey. So. Ja, der macht's halt platt. Meine Güte. Was haben wir denn jetzt verloren? Nur ein paar kleine, also ne Jungfrauen, glaube ich. Wahrscheinlich auch ein paar Drachen. Würde ich mal stark annehmen. Zumindest sieht mir das stark danach aus. So. So. Diesmal habe ich kein Problem damit... Mit dem Geld. Diesmal haben wir kein Geldproblem. Wie ich das sehe. Und zwar werde ich jetzt noch mal ein paar Imps-Opfern gehen. Du bist entkommen. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geerbt. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geerbt. Mal wieder auf 950 bringen oder so. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geerbt. Ansonsten kann man das gar nicht bezahlen. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geerbt. So. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eine Falle wurde entstanden. Die Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geerbt. Wunderbar. Das goldnehmig mit. So. Da rein. Ich weiß gar nicht, ob mir irgendwas Wichtiges jetzt weggestorben ist. Ups. Ah, wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Warte mal, ein Dieb auf Stufe 8. Wenn ich den auf Stufe 10 trainiere, dann wird er doch zum Ritter. So, dann haue ich den Dieb nämlich. Mal in den Trainingsraum. So. Ganz schön langes Level, Mensch, ey. Unfassbar. Aber ich glaube, so langsam können wir uns auch da ein bisschen vorpreschen. Und den Scheiß da endlich mal fertig machen. Ist ja eigentlich nur noch der Raum. Aber davor möchte ich meine ganzen Viecher einfach auch mal ein bisschen vorbereiten. Also ich glaube, dass ich es jetzt nicht so ohne weiteres packen würde. Ich habe zwar eine Menge Kreaturen und ich habe auch ziemlich starke Kreaturen. Aber die sind jetzt nicht alle Stufe 3 oder 4. Ich glaube nicht, dass es die Menge ist. Es ist so schwer. Ich weiß es nicht. Kann ich schwer einschätzen gerade. Vielleicht hilft es, wenn ich da einfach noch ein paar Fallen davor packe. Quasi als, ähm... Giftsgasfalle. Was ist das? Machtwortfalle. Machtwortfalle wäre natürlich ganz praktisch, wenn ich da eine hinpflanzen würde. Oh, blödes Ding. So. Neue Falle. Du sollst da nicht hin. Perfekt. Das ist jetzt, glaube ich, die Blitzfalle. Genau, da kommt eine Giftgasfalle hin und noch eine Giftgasfalle. Und die Machtwortfalle werde ich dann gleich noch hier in die Mitte packen. Die Lavafalle benutze ich jetzt mal nicht. So. Gut. Äh, dann wird es wahrscheinlich relativ schnell jetzt zu Ende sein mit dem Level. War da noch ein Geheimnis drin? Ich meine schon. Ah, ne. Hier war das Geheimnis. Level steigern. Das war fürs Level steigern. Dann... Nehme ich doch mal meine Skelette. Wo sind die? Ach, meine Skelette sind gefallen. Dat war's. Ihr werdet jetzt leider gleich sterben. So, wunderbar. Äh... Ich weiß aber gar nicht, ob ich da jetzt schon rankomme oder ob ich da oben erst landen muss, damit ich da das kriege. Hm. Dem wird glaube ich auch sterben, so schnell kriege ich den da nicht weg, oder? Ne. So schnell bin ich da nicht gewesen. Das war technisch nicht puddelbar. Das war technisch nicht puddelbar. Was ist hier drin? Was ist dort? Rückbau. Da kriegen wir das Portal in der Mitte dann. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Tür wurde hergestellt. Ja gut, was kriege ich durch das Portal in der Mitte? Die Dinger möchte ich ganz gerne noch trainieren. Schade, geht gar nicht. Oh. Dann... Hau ich einfach mal die rein da. Oh, die halt da. Es geht los. So, in den Trainingsraum ist gleich. Ach, die kriegen wir das doch hin. Ich meine, ich kann ihnen auch noch ein paar Munkierer zugute kommen lassen. Ich muss nicht. So. Wunderbar. Wir haben einen Zartag. Das kann ich mir beleisten. Das ist gut. Le fuck. Oh ne, mein Dieb. Wer hat denn den Scheiß gemacht? Hat das da aufgemacht? Eure Kreaturen unterliegen. Naja, egal. Muss ich die halt jetzt platt machen. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. Ich muss es versuchen, sie platt zu machen. Ich sag's mal so rum. Das ist immer noch die Frage, ob ich's schaffe. Aber aktuell sieht's, glaub ich, ganz gut aus. Die haben halt einfach viele Stufe 10er. Ich kann's nicht gut aus. 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 Eure Kreaturen unterliegen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen den Sieg davon. Da hinten sind jetzt eher weniger. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ich muss das Ding jetzt mal weg. Boah, Wahnsinn, ey. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Wie kommst denn du bitte hierher? Wie zum Teufel. So, Guys, jetzt kommt meine Miete. So. Wie krass, der sich heilt. Boah. Serious. Ich brauche ein paar Ims. So. Ja, ist doch noch ein paar. Ich glaube, so langsam dürfte es jetzt auch mal reichen. Boah. Was ein Fight, ey. Das ist ja nicht deren Ernst. Das kann einfach nicht deren Ernst sein. Okay, gut. Dann machen wir jetzt gleich nochmal das Dungeon-Herz platt. Und dann sollte das das endlich für dieses Level gewesen sein, ey. Wahnsinn, hat das lange gedauert. Wie soll ich denn da hinkommen? Warte mal. Ich kann da, glaube ich, den Rückbauzauber nehmen. Das wirkt, glaube ich, auch auf Fallen. Das ist einfacher. Wenn ich mir jetzt hier noch den Rückbauzauber angele, als bevor ich mich da durch die Fallen quäle, wie bescheuert. Euer Friedhof ist nicht groß genug. Ja, ist klar, bei den ganzen Leichen, die sich da jetzt stapeln, ey. So. Zauberrückbau meine ich natürlich. Ich glaube, das können wir auch auf Fallen anwenden. Und nicht nur auf Wände. So. Ich mach mal schneller. Ich mach schneller. Gut, so, gut, so, gut, so. Suck, suck. Die sind mir jetzt auch völlig egal, die da drin sind. Könnt zugucken, wie euer Reich untergeht, ihr Schweine. Oh, oh, wird's was? Das ist cool, dass die sich auch teleportieren können. Ach, ich mag also neben vorne auf Stufe 10. Die sind halt auch nahezu unkaputtbar, weil die sich, wenn's Probleme gibt, einfach zurückteleportieren. So, einfach ist das. So, und jetzt ersticke ich im Gold hier, oder was? Eure Kreaturen werden angegriffen. Wo denn jetzt schon wieder? Wo kommt ihr denn jetzt wieder her? Das ist unfassbar. Tschüss. So. Hab ich den Zauberrückbau schon? Jawohl. Nein, ich kann's nicht darüber machen. Aber hier rüber. Fuck, ich komm hier nicht durch. Dann mach ich das ganz einfach hier rüber. Ich möchte mich nicht... So, das war klar. Aber... Ich werde jetzt nichtsdestotrotz... Das Ding platt machen. Die Stufe 1 ist zwar draufgegangen, aber... Ich werde jetzt nicht... Oh, Alter. Dieses blöde Level hätte ich geschafft. Ich fass es nicht. Ich werde jetzt nicht... Ich werde jetzt nicht... Ach... Eure Untergehenden tragen den Sieg davon. so ein weiteres königreich wir haben gewonnen gut dann verabschiede ich mich bei euch bis zum nächsten mal ich wünsche euch was schade sorry dass es lange gedauert hat dieses verflixte level und ja bis zum nächsten mal ich wünsche euch was auch hier